Dann wollen wir mal die Waffe entschärfen. Ja, gut. Ja, toll. Ich habe wieder mal nur ein Messer. Oh, Scheiße. Hat der mich gemessert. Das ist natürlich jetzt blöd gewesen. So war das nicht vorgestellt. Boah, ich habe den doch gemessert. Was will der, will der mich verarschen? Hm. Ja, komm, ey. Schrottspiel. Ganz klauf, Messer gedrückt und... Wieder ist ich tot. Piss dich. Es ist ja gut. Gott sei Dank. Waffen, aber kaum Munition. Dito, verdammt. Ich brauche auch keine Munition. Guck mal, hier ist nämlich so ein Munitionslager. Auf einem Flugzeug. Sehr logisch. Scheiße, unten bleiben. Da sind noch mehr. Da, nicht dumm. Mehrfacher Kontakt. Macht sie kalt. Aha, schöne Bilder. Kann ich voll kein Schwein lesen, aber egal. So. Hallo? Ähm. Ach so. Ooooooh. Die haben doch gar keine Chance gegen uns. Ja, sieht doch gut aus, das Teil. Die haben hier oben gespeichert. Keine Sorge. Okay, wer ist schon mal ein Flugzeug geflogen? Das sind aber viele. Darüber denken wir später nach. Auf geht's. Gut, weiter. Okay, Schluss mit dem rumschleichen. Das war's. Weiter. Boah. Gerne doch. Sie sind hinter der Tür. Wir brechen sie auf und dann bist du dran. Sobald der Rauch drin ist, machst du sie kalt. Kein Problem. Krischen Koller, ey. Das ist ja unmöglich. Oh. Ja, er macht das schon. So, der Armler, der zuckt die ganze Zeit, öh. Scheiße. Oh, das war aber knapp. Das war ne gute Nachricht. Da ist es, das Cockpit. Endlich. Zeig nur an. Scheiße. Die Wände stürzen gleich ein. Ja und, wir brauchen schon Wände. Stören doch sowieso nur. Ja, jetzt muss man nur noch da rein, da. Hallo. Baldur. Vielen Dank.